welches spiel kennt eigentlich jeder und zwar ist das katan und das ist auch das spiel warum brettspiele heute so berühmt sind wie sie sind und heute schaue ich mir katan sternfahrer an was ein bisschen mehr katan ist als gewöhnlich und ob das ganze was für viel spieler ist die viele brettspiele spielen und dazu zähle ich mich oder eher nicht vom artwork und allem gefällt mir das spiel schon sehr gut aber wie das ganze inhaltlich aussieht das erfahrt ihr gleich ich erkläre euch jetzt kurz die regeln keine angst ich erkläre nicht alle katan regeln wobei das auch nicht so lange dauern würde katan sternfahrer ist natürlich katan das heißt ihr braucht hier keine besonders großen neuerungen zu sehen aber es gibt welche natürlich ist hier immer noch so dass die zahl die man würfelt diese ressource kriegt man aber die erste neuerung ist hier seht ihr das spielbrett ist modular und es ist verdeckt das heißt wir werden raumschiffe bauen mit unseren raketen können wir dann kolonien oder handelsschiffe bauen am anfang kolonie bauen und die würde ich dann hier produzieren und danach könnte ich damit dahin fliegen und danach würde ich das irgendwann wenn ich dann dort ankomme aufdecken und dort neue waren finden oder neue menschen aliens mit denen ich handel betreiben kann und danach gewisse vorteile kriege mit gewissen karten die mir dann boni bringen wie kann ich jetzt fliegen dafür haben wir unsere coole rakete und die werden wir vorher immer schütteln und die verschiedenen farben zeigen dann an wie weit man sich bewegen kann die entsprechende zahl kann man sich dann bewegen aber man kann seine rakete noch upgraden zum upgraden brauchen wir das hier und wenn wir zum beispiel unserer rakete mehr speed gehen wollen nehmen wir das und kaufen das und können das dann hier unten dran machen und ab jetzt ist im spiel unsere rakete schneller oder wir können die dran machen um besser zu handeln oder die blauen um zu feiten und sachen zu zerstören und das kann man dann alles an die coole rakete dran machen die wirklich was aushält gut das ist so die neuerung von katar was passiert wenn man jetzt hier den schwarzen wo ist er denn als ich gespielt habe habe ich nur den schwarzen gewiffelt hier gibt es eine schwarze kugel da müsst ihr mir jetzt vertrauen dann kommt eine begegnung und dann wird der linke spieler eine karte ziehen und dort eine begegnung vorlesen und dort gibt es dann verschiedene varianten ja du triffst ein raumschiff des wandernden volkes dies und diese okay ich lese jetzt nicht alles vor und dann kann man immer optionen kriegen willst du den waren geben oder willst du den keine waren geben und dementsprechend wird dann etwas passieren das war dann auch schon dein ganzer zug in katan der nächste spieler ist dran und der spieler der zuerst 15 punkte hat hat das spiel gewonnen eine interessante sache finde ich hier aber auch noch ist dass wenn man unter sieben punkten ist man immer zwei warenskarten zusätzlich ziehen kann und das sehen wir hier ja das heißt wenn wir hier unten sind dann gibt es immer zwei karten zusätzlich eine karte und dann später nicht mehr das ist ein guter mechanismus wenn man aufholen muss weil man wenn man dann schlecht ist dann kriegt man immerhin immer hier diese zwei bonus karten und später halt nicht mehr das heißt wenn man weiter vorne ist und das hilft dann auch den spielern die vielleicht etwas zu weiter hinten sind aufzuholen das waren eigentlich alle regeln von sternfahrer katan und jetzt kommen wir zu meiner meinung katan sternfahrer ist nach wie vor kein komplexes spiel sondern ein ja jetzt schon ein erkenner spiel was man so wirklich zwei stunden spielt aber woran das liegt dazu kommen wir gleich katan ist so ein spiel was glaube ich jeder sehr viel gespielt hat und ich glaube ich zu viele meiner kindheit und ich eigentlich keine lust mehr auf katan habe aber bei katan sternfahrer ist das anders wieso weil ich es mag dass man hier fliegen kann und man kann orte erkunden man weiß nicht von anfang an alles man kann seine rakete upgraden und hat auch die entscheidung bei euch jetzt neue handelssachen die ich dann auf der map bewege oder mache ich meine raketen alle schneller und das finde ich ist eine sehr schöne neuerung und auch dass man diese begegnungen hat da hat man ein bisschen potenzial verschenkt wie ich finde weil die begegnungen ich will euch ja nicht zu sehr spoilern aber sie sind eigentlich fast alle identisch da hätte man schon ein bisschen mehr reinstecken können das fände ich persönlich sehr gut aber was macht jetzt katan sternfahrer so gut und das ist mir letztens aufgefallen als ich ein samstag hatte der war frei und dann habe ich ein paar zu mir eingeladen mit walli und wir haben einen aufgeräumt was man halt so macht für ein spiele abend da hat zwar mir auch mal ein video gemacht können wir vielleicht ein upgrade und dann haben wir halt katan gespielt und es ist ein sehr einfaches spiel von den regeln aber es bietet trotzdem genug um wirklich ein spiel zu sein das einfache katan ist für mich zu wenig aber hier gibt es neuerungen die halt sinn machen wie mit der rakete mit der kunden und so weiter und so fort aber katan ist kein spiel was so ein typisches spiel spiel der heutigen zeit ist es ist nicht wo man sich dann so rein denkt und wie kann ich das machen ist hat hier viele glückselemente was werde ich hier würfeln was habe ich mit dem was habe ich für begegnungen das spielt alles eine rolle aber was hier so schön ist ist was was für eine atmosphäre dieses spiel schafft weil bei katan war es bei mir jedes mal so bei sternfahrer wo ich es gespielt habe dass man spielt zu zwei stunden es hat super viel spaß gemacht aber es war eigentlich gar nicht so sehr das spiel sondern er die gemeinschaft die man miteinander hatte mit dem okay ich werde jetzt meine rakete upgrade okay ich würde jetzt alle gucken oder das eine schwarze okay das heißt ich ziehe eine begegnung begegnung vergleiche den stärkwert zwischen dir und den zwei nachbarn links von dir und das spiel involviert die ganze zeit alle im spiel und dadurch entsteht eine sehr geringe downtime aber was das spiel halt noch mehr macht ist dass man die ganze zeit miteinander kommuniziert wer mit mir tauschen wer will das machen und das ist wirklich was katan eigentlich auch so schon macht aber mit sternfahrer für mich hat sehr schön und dass dann der tag vorbei war als ich da eine runde katan sternfahrer gespielt hatte und man war sehr viel im gespräch aber man war auch sehr in katan drinnen deshalb kann man auch daran schon direkt das fazit eingreifen für wen katan sternfahrer was ist wenn ihr viel spieler seid oder ihr spielt viel und ich denke mal das machen die meisten hier auf dem kanal aber ihr wollt halt auch ein spiel haben das euch viel spiel bietet aber wo ihr halt auch gesellig miteinander reden könnt und auch leute an den tisch bringen können die vielleicht nicht so viel spielen dann ist katan sternfahrer denke ich mal eine der besten spiele dies zurzeit gibt und ja das ist halt was ich sehr erstaunlich finde was mir bei jeder partie katan sternfahrer aufgefallen ist weil es katan sternfahrer nichts für euch wenn ihr ein spiel sucht das euch strategie bietet im weltall und so da ist gaia projekt ganz klar der weg den ihr nehmen sollte aber das will dieses spiel ja auch gar nicht machen und das finde ich so schön an diesem spiel was hier ist es gestream line das material fühlt sich richtig klasse an es macht alles sinn es ist genug spiel aber man hat trotzdem eine sehr gemeinschaftliche atmosphäre und das finde ich macht katan halt sehr gut und mit sternfahrer habe ich da endlich eine version gefunden die ich behalten werde die ich gerne spiele ein wirklich klasse spiel weil ihr hat gesagt sie kriegt bei katan sternfahrer ein feeling wie von twilight imperium dazu habe ich gesagt das lasse ich komplett unkommentiert das kann man nicht vergleichen aber ich weiß was sie meinten weil es ist halt dieses galaktische was hier erzeugt wird und das finde ich ist halt sehr gut wenn ihr sagt galaxie spiele sind mir vielleicht immer etwas zu lange weil die sind ja oft etwas lange oder zu komplex oder was weiß ich was dann ist vielleicht katan sternfahrer genau das galaxie spiel dass ihr gesucht habt okay ich hoffe euch hat das video gefallen es ist ein katan nach wie vor wenn ihr katan über alles hast oder nicht euer spiel ist dann wird das hier das nicht ändern aber wenn ihr mit katan so ein bisschen was anfangen konntet so wie ich dann schaut euch dieses spiel auf jeden fall mal an okay ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne einen daumen nach oben da und wenn nein dann schreibt gerne mal in die kommentare was euch nicht gefallen hat und ich würde gerne auch eure meinung zu katan sternfahrer wissen habt ihr es schon gespielt werdet ihr es holen oder habt ihr vielleicht die alte version und hier sind euch zu wenig neuerungen drinnen ich habe die alte version nie gespielt deshalb kann ich dazu leider nichts sagen okay wir sehen uns dann beim nächsten video ciao